hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge der mission throwdown daily shop news mit mir im engleich ja wir fangen mal wieder mit den kommentaren an haben wir wieder maxi max klaus battle kämpft um klaus ja so ich hab klaus gerade nicht im deck aber ich habe ihn ohne voll oft double oder quad fuse beim ruml oder sfc gesehen ps gibt zu dass klaus heißler die erste lege wäre die du wählen würdest wenn es darum geht zu verteidigen und erzähl mir nicht du würdest jemand anderes wählen vielleicht musst du klaus heißler öfter spielen spielen um ihn wirklich wert zu schätzen maxi max ich verteidige nicht deswegen brauche ich keinen klaus heißler ich gehe immer voll auf angriff immer auf angriff wenn du verteidigst ist eigentlich das ding schon gelaufen dann verlierst du punkte im rumble dann wird das sehr sehr schwer dann noch mal eine glatte 100 oder sowas raus wollen immer gleich voll truf als truf 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 first hit gleich zerstören vernichten dann kannst du kannst du matches alle mit nach möglichkeit mit fast 100 punkten erledigen aber nicht wenn ich die ganze zeit verteidige die mehr schaden meine karten kassieren und ich immer nur verteidige ich muss voll auf angriff muss zerstören zerstören nicht verteidigen truf so okay also kommen nächster kommentar das muss ich jetzt ein bisschen runterziehen klaus heißler box wäre richtig nice hätten her sofort würde die aufmachen da wette ich mit dir dagegen würde er nicht tun hundertprozentig nicht wir können ihn das nächste mal fragen extra für dich mache ich gerne so noch ein kommentar jetzt hier warum ist das alles so verschoben sorry leute dann ist es alles gerade verschoben muss ich das irgendwie da hochgezogen bekommen so hey kannst du mir die meisterschaft erklären auch das machen wir gerne meisterschaft das sind die combo ja gut da musst du erst level 12 sein überhaupt die combo recipes angeboten zu bekommen sei es du hast hier die möglichkeit im shop gucken wir uns ja gleich an die combos da hinten die combos zu kaufen dann musst du hier ins erforschen rein und das ist da hinten dieser vierte slot der da jetzt gerade aufgeht mit der combo meisterschaft und da kannst du dir dann eine combo rein setzen da haben sie auch hier momentan so ein bug drin das nervt einfach nur tierisch wenn ja hier kannst jetzt scrollen ohne ende kommst du dann anfangen das ist wirklich ein wahnsinn also normalerweise musste dann am besten gerade wissen welche also die ganzen combos habe ich mir in der zwischenzeit mal gegönnt high school bill dolphin rider hast du am anfang bekommen bänderbräu bata chatina cadet hill shakes lemonux diorama jean iamona roboter verbindung roundhouse straßenräuber bänder das sind die combos die ich mir bis jetzt hier gegönnt habe auf dem account und dann ziehst du die karten hier rein also die diese combo hier rein und dann kannst du die erforschen und dann bekommt die combo dieses krönchen da oben drauf geht bis zu drei kronen glaubt dreimal nur oder vier mal ich glaube dreimal bin mir jetzt ein bisschen unsicher und dann werden diese werte eben jeweils um zehn prozent erhöht also hier der haut jetzt schon richtig rein bei jeder auch kelle till ist halt mega nice das sind die combo recipes beziehungsweise ist diese meisterschaft kombomeisterschaft so dann schauen wir uns jetzt mal an was gibt es denn allgemein im bei mamas altmodischer gehörn ist stattdessen da haben wir wieder den teddy und jetzt im shop gibt es ein neues angebot also wir haben nach wie vor den dr seudberg die dr seudberg box nice klepto bänder back evil monkey chinchilla henkel irgendwann werde ich den dann auch haben da gehe ich voll drauf dann haben wir nach wie vor die hype no toad box ja auch nicht so schlecht wobei mir halt lois griffin und steve smith sein jetzt nicht so wirklich zu sagen aber ist okay und dann haben wir den eugene belcher hier also für jemanden der den wirklich endlich mal quad fused haben will oder so dann haut er schon voll rein der eugene belcher hier guckt euch das mal an acht fach motivieren sechs fach hijack zwölffach gas 16 40 das sind schon super geile standard werte und ja kann man dann auch mal eugene belcher ich hab den ja auch immer mal ins deck rein so da ist er ich habe erstmal hier momentan einmal fused die kombos gaga ball ist mega nice one man musical ist nice chef cat monkeys ist mega nice to bad goat ist mega nice draw me gene ist ganz okay fahrt in a jar ist geil freezer dome jean ist geil electric club bin ich jetzt nicht so begeistert diorama jean ist geil also bis jetzt eigentlich nur mega nice typisch mädchen ist cool bob jean ist eine nice kombo gut ist das das bürgermaskottchen und ist jetzt nicht ganz so toll dann haben wir den gene leader der ist jetzt auch nicht ganz so prickelnd yacht club der kann auch mal sinn machen jeder furzkurs ist nicht schlecht also das sind auf jeden fall mega nice kombos leute und wer hier ballon sniper wer das ding bei sich hat na der kann damit echt schon was anfangen gucken mal was ich da gesehen habe eben gerade habe ich auch schon lange nicht mal sehen beef squash über den sind mit sicherheit ist jeder von euch mal irgendwann im abenteuer modus über den beef squash gestolpert und an dem fast verzweifelt ja das kennen wir alle dieses gefühl wenn auf einmal wenn du anfängst mit dem spiel und dann stößt du das erstmal auf den beef squash und dann denkst du what the fuck what's going on man ja also eugene belcher auf jeden fall eine nice nice karte so und dann sind wir soweit dann fangen wir jetzt mal einfach ja dann gucken wir uns mal die die meisterschaft oder die combo recipes an was wir hier am start haben sie blueberry delivery girl jo gucken wir mal was die so druckfarben tut und da jetzt habe ich das noch gar nicht so richtig zurecht gezogen und mal hier rein und dann kann ich das da so also ja krippelt halt na und hat leech aber das war es dann auch schon gewesen der burger da ja finde ich jetzt also für 500 gems absolut nicht wirklich wird absolut nicht wirklich interessant toll gesagt absolut nicht wirklich interessant dann haben wir den space stan ja da space stan ist jetzt auch nicht so der ober burner wir haben zwar ein krippel da drauf ja und ein schild aber ist jetzt nicht wirklich der bringer 500 gems auch hierfür auszugeben macht was anderes damit so dann haben wir als nächstes dance party bobby da muss ich erst zugeben dance party bobby war glaube ich jetzt auch schon mal drin gewesen soweit ich mich erinnern kann war die schon mal da aber die war nicht wirklich toll und da ich keine gamer karten im einsatz habe ja das beste was es hier gibt ist der burger boss das ist halt nicht wirklich der brüller also das ding könnte auch getrost schon wieder vergessen combo recipe so und last but not least haben wir hier den soda bar trinker ja der soda bar trinker der kann unter umständen dann doch schon mal aber es ist wirklich in den allerseltensten fällen also es ist wirklich wenn ich wenn ich irgendwo eine karte definitiv vernichtet sehen will ja und und ich keine andere alternative habe als da jetzt hier mit gas dran zu gehen in allen anderen fällen also ich habe ja hier die pau-tucket patriot ale am start aber zwölffach gas das ist zu wenig das ist wirklich zu wenig das lohnt sich nicht wirklich ja wenn ich mir anguckt der hat ja so schon der pop hat ja hier auf der linken seite ja 13 fach gas okay der ist zwar auf der w23456 aber nee das das lohnt sich nicht ja also heute es sei denn ihr wollt unbedingt den eugene belcher quad fusing oder so ja dann würde es definitiv sinn machen sich den zu holen ansonsten ist heute der shop ähm nicht so der oberbörner ja wenn es euch ein bisschen geholfen hat und gefallen hat dann lasst mal ein like da schreibt was in die kommentare abonniert den kanal und schalt es wieder das nächste mal wieder ein wenn es wieder heißt animation throwdown mit mir dann gleich macht's gut bis dann und tschüss dann ja